Ganz herzlich Willkommen und vielen Dank für das Interesse an meinen Meditationsangeboten. Ich erlaube mir hier, dich in einem respektvollen Du anzusprechen. Es gibt verschiedenste Gründe, weshalb man sich für Meditation interessiert. Es können sein Hektik, hohe Prioritätensetzungen oder Perfektionismus, Erwartungen anderer, Stress in irgendeiner Weise, Drucksituationen, Kinder, Familie, Business oder halt auch eigene Erwartungen. Bemerken kann man das sehr gut auch dadurch, dass man sich schlapp fühlt, energielos. Vielleicht hat man auch schlaflose Nächte, ist oft krank oder man befürchte krank zu werden. Es kann auch eine Unzufriedenheit, Lustlosigkeit sein, Schwindelgefühle oder Ohnmachtsgefühle. Grundsätzlich kann man sagen, egal was es ist, es zieht einen runter. Es gibt natürlich verschiedene Formen, wie man zu mehr Ruhe und Gelassenheit kommen kann. Meditation ist eine Form und auch dabei ist dies ein Fachgebiet, das verschiedene Techniken bietet. Ich stelle dir hier eine erprobte Technik vor und sie ist vor allem darauf ausgerichtet, dass man sie von zu Hause aus erledigen kann. Das bedeutet, ich hole dieses Bedürfnis ab, wo die Menschen nicht in eine Gruppe gehen können, was ja aus verschiedensten Gründen sein kann. Und ich hole auch das Bedürfnis ab, dass man vielleicht zu wenig Zeit hat und auf diese Weise am optimalsten einen solchen Kurs in den Alltag integrieren kann. Denn worum geht es? Meistens ist es ja so, dass man genau in hohem Zeitdruck, in starker Hektik genau so ein Angebot brauchen könnte. Und deshalb soll es gut integrierbar sein und mit möglichst wenig Aufwand. In diesem Kurs buchst du verschiedene E-Mails und Videos, wo du angeleitet wirst, zu einer maximalen Erfolgsquote eine neue Gewohnheit einzugliedern. Wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen und es ist bekanntlich sehr schwierig für uns neue Gewohnheiten zu machen und mit diesem Kurs sollte es dir sehr leicht gelingen. Somit kann ich dir nur sagen, freu dich auf mehr Lebendigkeit, freu dich auf mehr Power und Kraft in deinem Leben, freu dich auch auf mehr Zufriedenheit und definitiv auch auf mehr Glücksgefühle, mehr Ankommen in dir selbst, mehr Gelassenheit, mehr Ruhe und eine Stärkung deines Selbstwertgefühls, deines Krafthankes. All diese Sachen, auch deine Gesundheit, dein Immunsystem werden sich verändern durch eine regelmäßige Meditationspraxis. Ich freue mich für deinen Zuschauern. Ich freue mich auch, wenn du dich dafür interessierst und wenn du dich anmelden möchtest, kannst du dich hier unten eintragen, zuunterst. Und falls du dich noch nicht entscheiden möchtest, dann trage dich oben ein in den Newsletter von mir, dann kriegst du immer wieder Neuigkeiten mit oder andere Meditationsangebote. Wie auch immer du dich entscheidest, ich bedanke mich für dein Interesse und wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Zufriedenheit und Glück in deinem Leben.